So, hier waren wir doch schon mal, nicht wahr? Nicht wahr? Ich glaube, wir reiten gerade anders, als ich eigentlich wollte. Ja, naja gut, was soll's. Ja, hier ist ja eh kaputt. Deshalb. Na gut. Na gut. Ich mein, die Monsternester. Das ist jetzt tatsächlich auch nicht so spannend. Reiten wir jetzt noch richtig? Das würde mich nicht wundern, wenn nicht, weil es wird auf der Minimap keine Strichelinie mehr angezeigt, was ich ein bisschen unschön finde. Nicht bei dem kaputten Navi hier, aber auch nicht mehr wundert. Ach, da ist es wieder. Führt uns auch in den See und sagt dann, sie haben ihr Ziel erreicht. Ah, ja. Ich hab genau gewusst, was sie sagen werden. Die Sonnenuntergänge, die bringen hier immer, grad wenn's wirklich schön ist, immer so schöne Farben. Oder? Wären hier kein... Ja, da hast du recht. Ähm, das Leben ist ungerecht. Wenn hier keine Monster und so weiter wären, das wär so schön hier. So ne schöne Gegend. Aber hey, für die Monster haben wir Geralt, ne? Oder die Leute hier auch. Nein, da soll's lang. Und da lang. So. Ja, ja. Gerad. Nein. Zeigst du mir dein Schwert? Welches Schwert? Wir haben ja zwei. Ne? Was? Also, manchmal hab ich das Gefühl, die haben sie nicht mehr alle hier. Jen? Ach, da... Moment, die stand doch eben noch nicht da. Hör auf zu klotzen. Du verheckst uns noch die Arbeit. Naja. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Na gut, gucken wir mal. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Burzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Die hat eine komische... Arschloch. ...komische Geschwindigkeit. Wir können da nicht schnell gehen und laufen. Da sind wir auch zu schnell. Ich hatte so ein lockeres Joggen drauf. Das sehr langsam ist. Für den Geralt zumindest. Da sind wir. Das ist es. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Hemmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz das, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Aha. Ja. Das habe ich auch gedacht. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaten kriechen. Hm. Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist? Ja. Kann man hier im Guten runter? Ach, da unten ist bestimmt Wasser. Uff. Gott sei Dank. Jetzt hatte ich aber kurz Angst. Oh. Oh. Eh. Da langt Geralt. Und hinunter. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Mach mal hoch. Hä? Vitriol. So. Luft. Puh. Ist hier noch irgendwo was? Hier war doch, aber... Da ist noch was. Aber hier war doch auch irgendwo was. Da. Wenn ich mal da hinkommen würde. Jetzt. Schön. Sie hätte uns ja wieder wenigstens irgendwas geben können zum Atmen. Oder war das letztes Mal Triss? Hm. Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, das war sie, ne? War noch mit ihr auf dem... Also mit Jen auf dem Boot unterwegs dann. So, bleiben wir jetzt unten, oder? Brauchen wir keine Katze? Brauchen wir Katze? Grabräuber. Der hier mochte wohl Elfenkram. Aha. Ja, erstmal in die andere Richtung laufen. Könnte ja was sein. Nicht wahr? Wobei das ein bisschen groß ist gerade. Ertrunkener. Und, äh, ja. Was zum... In die eigene Tasche stopfen. Äh, hallo? So. Uh. Da liegt's. So, ich tendiere dann... Uh. Doch lieber... Zu... Katze. Katze. Komm her. Katze. Namm, namm. Nee. Mietz, 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 mietz. Ja. Das ist weißer Honig. Da ist Katze. Nein, das ist schwarzes Blut. Wo ist denn Katze? Das ist Katze. Das ist Katze. So. Jo, schon besser. Ei, 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 ei. Vielleicht sollen wir hier auch noch gar nicht sein. Wer weiß, wer weiß. Aber hier gibt's halt so viel Zeug. Hm. Ne, da sollen wir hin. Achso, hier geht's nicht weiter. Ah, da kommen wir eh wieder... ...dahin, wo wir hin sollen. Auch wenn im Wasser jetzt noch irgendwas zu finden sein könnte. Nee. Da ist nix, ne? Gehen wir mal hier hin. Vielleicht müssen wir dann eh da durch. Uh, was gibt's denn hier? Ach, von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Ach ja. Äh, die mit ihren Hängetitten immer. Hup, da hat's vibriert gerade. Warum das? Ah, darum. Ja, wann bin ich gerade an dem Hebel dran? Fehlenden Teil. Ah ja. Na, das war ja klar. Na, kommen wir da durch? Ja, da sind wir da, wo wir eben waren, nicht wahr? Na, das ist ja klasse. Huch, da war gerade was. Wieder vibriert. Aber ich glaube, das war... Da. Sehr gut. Das... Ja. Geralt. Ist gut. Sehr gut. Wie lange wir jetzt auch einfach schon mit ihm hier unterwegs sind, ne? Schon heftig. Schon... Hallo? Schon ne Weile. Das müsste passen. Ja. Na, so. Ha. Tada. Ei, ei, ei. Wo geht's hier hin? Da liegt doch ne Leiche oder so. Hallo? Geralt abtauchen? Geralt tauchen? Das gibt's doch nicht. Der will nicht tauchen. Der will nicht tauchen. Will er mich verarschen? Okay. Boxen funktioniert aber mit X. Der will nicht da runter. Ich hab keine Chance abzutauchen. Das geht nicht. Was soll denn das? Wie mies ist das denn jetzt bitte? Ja, X funktioniert definitiv. So. Letztes Mal hat's ja danach irgendwie... Achso, schön. Geklappt. Aha. Ja, nee, ist klar. Aber Katze ist jetzt vorbei. Obwohl wir nicht meditieren konnten. Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Wirklich überhaupt nicht. Und es ist auch wieder... ...aufgefüllt. Ja, schwebe auch. Jetzt kann ich tauchen. Sehr gut. Jetzt zeigt er mir aber das... ...ist das nervig. Aha. Wenn wir hier oben sind, zeigt das an. Na toll. Das war so klar. Ich hab vorhin gesagt, wir sollten vielleicht verkaufen. Ja. Wäre vielleicht angebracht gewesen. So, was haben wir denn alles dabei? Mhm. Ähm. So. Lassen wir das mal zurück. Die Wand sieht brüchig aus. Hier ist nix. Schade. Wow. Was war das denn gerade? Das sah ja komisch aus. Bah. Das Wegspringen hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich das wollte. ...wieder mal. Ja. Nase juckt. Nase juckt. So. Besser. Ja. Euch ging's auch schon mal besser, oder? Das, was hier stinkt, wundert mich beim besten Willen überhaupt nicht. Gar nicht. Nicht mal im Ansatz, wundert mich das. Aha. Achso, das waren ja wir. Ähm. Ups. So. Da kommen wir nicht weiter. Aber hier. Ja, schön. Schön. Geht's hier vielleicht doch weiter? Da geht's weiter. Puh. Ja, Geralt. Was? Habt ihr wohl so gedacht, wa? Ach, das war so klar. Ich kann aber, ich kann aber auch nicht anders. Ich kann's einfach nicht anders. Och, nö. Och, echt jetzt? Das Spiel mobbt mich. Es mobbt mich. Fünf. Fünf drüber. Oh, so viel Geld. So viel Geld. Naja gut, wir sind jetzt nicht die Armsten. Die Armsten? Die Ärmsten. Ach, ich bin aber auch arm dran. Ich bin echt arm dran. So. Besser als arm. Haha. Ja, okay. Ich war auch schon mal geistreicher. Damals. Als ich noch jung war. Wie, da ist noch was drin? Na, ich wollte doch meinen. Na, jemand zu Haus? Bitte nicht zum Looten. Ja, Fell. Das liegt ja auch nix. Vielleicht sollten wir hier nicht sein. Hm. Ach, wir sind da, wo wir hin sollten. Naja. Margarita. Wer? Wer da? Geralt? Götter. Ich halluziniere. Ich hol dich hier aus. Zwecklos. Ihr kriegst du nie ohne Schlüssel auf. Der Werter hat ihn immer bei sich. Sein Zimmer ist oben. Bin gleich zurück. Aha. Na gut. Ich glaube, ich muss mal, ähm, die weiße Möwe schlucken, weil meditieren können wir, glaube ich, gerade nicht, ne? Äh, weißer Honig natürlich. Herrgott, dann sind wir halt mal langsamer. Wie nervig. Schlüssel benötigt. Ich glaube, wir befreien hier dann noch den einen oder anderen Meer, oder? Das wäre doch was. Oh, warum nicht? Ich gucke gleich nochmal, was wir wegwerfen können. Oh. Äh. Okay. Das ist ja lustig. Öffnen. Schließen. Warum? Das ist ein Quatsch. Naja. Äh. So. So. Echter Stiefel. Ja. Äh. Ne, ich glaube, es bringt einfach nichts. Da können wir das auch alles mitnehmen. Was soll's. Sind wir halt mal wieder langsam. Auch wenn's sehr nervig ist. Kommt davon, weil man so viel sammelt. Das ärgert mich aber, dass ich nicht erst verkauft hab. Vor allem, er ist noch davon geredet und dann völlig vergessen. Also wirklich völlig. Nicht euer Ernst. Hier, kein Alarm. Alter, was? Au. So, das hätten wir. Au. Wie kommen wir denn da hin? Von hier nicht. Kommen wir da rein? Abgeschlossen. Was sind wir? Oh, ein Käfig. Nee, da wollen wir nicht rein. Nein, da stirbt er doch. Ich kenn ihn doch. Ich kenn doch den guten Geralt. Der Todessprung vom Teppichrand. Also, jetzt ist aber gut hier mit dem... ...Leuten. Au. Hört ihr mal auf. Wär vielleicht besser. Ah, hier geht's hoch. Willst du mich lebendig? Tja, ich will dich tot. Ach, da unten ist er. Was? Ja, komm doch hoch. Na, komm doch hoch. Na, komm. Na, komm her. Ja, komm, trau dich. Trau dich. Ich bin auch ganz lieb. Mhm. Sag mal. Aua, sagt er noch. Ja, jetzt kann er nichts mehr sagen. Jetzt, äh... ...ist er vermutlich etwas sprachlos. Bäh. Ach, was ich das hasse, wenn wir überlastet sind. Na, noch reparier ich das nicht. Ups. So. Da ist nix. Ja, dann gehen wir hier hoch. Na, wo versteckt der den Schlüssel? Oh. Schöne Truhe. Ja, ist viel drin in der Truhe. Hat sich total gelohnt. Wie hat der mich denn jetzt gehört, bitte? Äh, gesehen, meine ich. Hören kann er mich... Hören hätte er mich wahrscheinlich auch nicht können. Komm schon. Ja, Geralt. Wer es nicht ab ist, okay. Geht doch. So, nimmst du es mal? So, ist doch schön. Ein bisschen Brot. Ach, Quatsch. Kannst du doch anlassen. Du sollst das... Nehmen. Nehmen. Hallo? Ja. So viel dazu, dass ich nochmal lesen wollte, irgendwie. Aber das ist mittlerweile so viel. Ich glaube, da wäre ich nochmal 30 Stunden oder so beschäftigt. Das kann man ja auch keinem antun. Wir eilen, äh, zu Ritas Hilfe. Oder Margarita, ne? Margarita? Wie heißt sie? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Gedächtnis. Ginko soll helfen, ne? Ganz viel Ginko zu mir, bitte. Wieso sind hier jetzt wieder Feinde? Oder zumindest einer? Ach, der ist sogar nicht hier. So, kriegen wir das andere auch. Die anderen... ...Kerkertüren auch auf. Ich hätte was. Wenn wir die auch befreien könnten. Oder den. Ja. Ja. So. Hier müsste... ...keiner drin sein. Und hier ist... ...das Schätzelein. Was machst du da? Jan wird gleich kommen. Rita. Was haben Sie getan? Wenn ich diese Huren-Söhne in die Finger kriege? Ich helfe gern. Wenn ich da noch lebe. Ich muss sie hier wegbringen. Sofort. Ich kann nicht mit euch beiden durch das Portal. Du musst alleine rausfinden. Ja, ja. Ich mag Portale sowieso nicht. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Als könnten wir nicht einen schnellen Weg gebrauchen. So lahm, wie wir gerade sind. Na ja. Entkomme aus dem Gefängnis. Habe ich vor. Ach, wie gemächlich er geht. Ich bin ja schon irgendwie ein bisschen neugierig. Na ja, egal. Och nö. Okay. Boah. Was ein Finisher. Das war ja der Knaller. Pack doch dein Schild weg. Ja, ja. Hörst du mal auf? Freundchen. Da oben versteckt sich noch einer. Da ist noch was. Ne. Da. Als hätten wir es nicht eilig, ne? Komm ich heute nicht, komm ich morgen. Übermorgen ganz bestimmt. So. Aha. Nun gut. Was? Kein Fallschaden? Gerald! Es waren mindestens drei Meter. Bitte! So, wo ist denn hier der... Hier war doch ein Schmied. Mit dem haben wir doch schon zusammengearbeitet. Plötzlich manchmal frage ich mich, wo du immer so auftauchst. Woher du kommst. Ach, Quatsch. Das war ja in Novigrad. Wir sind ja in Ochsenfurt, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ist da ein Schmied? Schleifstein und... Nur ein Tisch. Na gut. Dann würde ich sagen, einfach mal nach Krehenfels. Hast du gehört? Ein Magieraufstand. In dir hat Axe einen Aufstand gegeben. Ja. So. Äh. Hallo? Na, es geht doch. 186 von 160. Ups. Ups. Ähm. Das U. Muss so. Das war... Waren wir hier überhaupt schon mal drauf? Hm. Galgenhügel. Da. Hallo? So. Das war's. So. 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 So.